Okay, ich würde eine Runde noch sagen, damit es mich für heute reichen. Ja. Wollen Sie nicht so mal ein anderes Haus wahrnehmen? Ja, kann man schon machen. Das wäre halt einfacher jetzt, ne? Das andere wiederzunehmen wäre einfacher, ja. Ja, ja. Also sowas nehmen. Ja, nehm's nochmal. Aber wissen wir auch, wo der Ausgang ist? Ja, ja, klar. Exorziert, das hat doch mal... ...hinkgerhauen. Das ist so. Gib mir mal Geräte. Was ist denn hier? Mein Pott. Der gute Pott. Ähm... Ich kann sogar vier... Ne, ich kann drei Sachen nehmen. Jetzt gibt es ja schon ein bisschen so ein Besseres. Ja. Boah, tolles Wetter. Ja. Huh. Was ist denn da draußen los gewesen? Hör sich nicht, aber es ist sehr regnerisch. Der Blitz hat mich ein bisschen erschreckt. Oh. Ah, da steht die Madroschka übrigens. Was ist sie? In der Küche. In der Lampe. Kann man mal merken. Oh ja. Oh, 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 oh. Oh. Minus 19 Grad. Friesing Temperatur. Wir haben... Spirit Box. Wo bist du denn? In der Küche. Immer in der Küche. Okay, wir haben EMF 5. EMF 5, wir haben Spirit Box. Wir haben... Temp. Dann habe ich... Ah, die Musik. Ich sehe jetzt ein. Ich sehe jetzt ein. Musik Box haben wir. Ja, also ich muss das mal raus. Ich glaube, können wir das jetzt nicht alles merken. So, wir haben EMF 5. Wir haben Spirit Box, sagst du. Wir haben Musik Box. Die drei Sachen. Oder noch mehr. Moment, lass uns kurz gucken. So, wir haben EMF 5. Wir haben Spirit Box. Wir haben Music Box. Und wir haben Freezing Temps. Ah ja. Ist ja so. Ramport habe ich noch nichts gesehen. Hast du Radiation schon? Ne, ne. Den muss ich jetzt gleich. Aber ich muss die ja jetzt erst mal mal wieder raus. Damit man nicht stirbt, weißt du? Ja. Ja, EMF 5 kann man aber ausmachen. Spirit Box kann man auch ausmachen. Okay, wir haben wohl kein Radiation. Und keine... Kein Ramport und kein LED. Und kein Buch. Dann ist das ja alles. Aber es ist ja so weiter. Die Musik Box, die nehme ich auch wieder mit rein. Ja komm. Ich nenne es einfach nochmal ab. So. Dann haben wir hier. Ja, Ghost Nonnen ist klar. Jetzt müssen wir noch Sachen... Oh, die Spüle, voll Blut. Die Matroschka steht hier an der Lampe, ne? Ja, habe ich doch gesagt. Achso, ich dachte jetzt was anderes gesagt. Ne. Ähm. Wir haben Alarm. Ne, äh. Pilz Kitchen Senkelblatt. Alarm, Alarm und, äh, Handy. Auch. Alarm. Rings Mobile. Türenz. Und auch Alarm. Hast du unten im Keller Lichtern gemacht? Hm, ja, aber... Ähm, ich bin mir nicht sicher... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Und, oh, scheiße. Oh, scheiße. Thema 만들. Zeit. del schnell raus hast du gerade noch gesagt ich hatte gesagt als ich im keller gegangen bin hatte ich mich gewundert ich wollte das licht an machen aber es war schon an ich habe es dann ausgeschaltet und dann wieder angeschaltet aber ich weiß nicht ob du vorher schon im keller warst nein dann müsste es so gewesen sein wir haben ein pentagramm im keller ok dann würde das heißen aber es ist nicht mehr haben wir schon moment was hat es jetzt noch gesagt also ein pentagramm ja und filz kitchen sinkt das blatt blaze pentagramm das muss ich doch erstmal hier alles finden turns on of lights chimera ja das passt pentagramm dann was was noch ja was was hattest du noch gesehen außer pentagramm ja kitchen sinkt das blatt so und zwei runter pentagramm ja dann ja genau turns on of lights turns on of alarms ja ja das habe ich ja aber ich sage ich schon chimera ist ja schon da haben wir eine chimera genau dann hätten wir chimera hat dann heiliges wasser und das holzkreuz äh wo war denn jetzt nochmal der rumba in der küche jetzt wieder oder? schon wieder vergessen äh ja so wo ist das heilige wasser ist das ne die puppe nicht das ist heiliges wasser und das holzkreuz geh mal lass mich mal hier raus ja so turn off the breaker for the house trofka finden oh konnte ich jetzt schon platzieren oder war das verkehrt weiß ich nicht glaube oh ja ähm ah ne 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 passt schon zuerst die items platzieren genau und dann den breaker unten ausmachen im keller die madroschka platzieren die eigentlich schon drin ist aber ich nehme sie dann noch ja ja klar so haben wir breaker ist aus ja äh dann dann muss ich nur noch die madroschka und dann gerzen äh die radios ist noch radios an nö ne ich glaub nicht ich höre nix ich höre nix so kerzen müssten genügend an sein hast du auch eine an? äh ich hab drüben drei stücke also zwei angemacht eine war schon an ach so hat er auch noch die angemacht dann äh dann mach ich mal ach ich hab auch einen handabdruck ne was? ach der wund wieso geht das nicht? geht nicht? ist aber der vergessen? weil sie nicht kerzen sind doch kerzen sind an ist vielleicht doch irgendwo ein radio am laufen äh ich höre nix äh äh hattest du gesehen? handabdruck an der wund jaja ja ich weiß ja nicht vielleicht kommen wir damit noch in irgendein bereich wo er falsch ist ich höre nix da ist ja ein paar das ist ja nicht mal fertig, oder? Gibt's auch noch mal, ne? Er wird aber passen Aber gut, sieht jetzt eigentlich nicht bloody aus, aber gut wird's wohl sein Naja, ich glaube Chimera ja auch immer noch stehen Dann stimmt das wohl Ziprika noch raus Hat's heute wieder angemacht So, eben Licht Ja, Licht geht ja nicht an Alarm geht, aber das ist ja wohl Was ist hier falsch? Was stimmt hier nicht? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ja, okay Gut, Schimera hat ja Laced Ghost Items Cooles Spot und so Äh, Schimera hatten wir, ne? Ja Warte mal Oh, die Worte wurden cross Die beiden Sachen hast du da reingehaut Vielleicht haben wir da ein Problem Ja gut Ja gut Ja gut Ja gut Hast du das Wasser nicht, äh Ne, es war die Küche und nicht der, der, die Wohnküche Ach sooo Das heißt, da war offensichtlich eine Grenze Ja Wo das dann nicht wirklich Alles klar Äh Äh Ja ist weg, ne? Da hat die Reihenfolge war dann irgendwie egal Wichtig ist nur, dass die Dass die Bibel, dass die Bibel am Ende ist, ja Ja gut, wenn das so einfach ging Ja, da haben wir Das macht ja doch ein bisschen Fun Ja Ja, komm, eine Runde machen Das macht schon ein bisschen Fun Dann hab ich auch langsam ein bisschen Fingernchen Ja, ja, ja Ja, okay, dann bleiben wir auch noch mal in der Location Hallo? Ja? Ja Level 3 Ähm Oh Was denn? Ja, ist gut Du warst scheinbar nicht bereit Nein! War ich auch nicht So, so So, ja so ein Rem und ein Put So, jetzt dasselbe Was denn? Ähm Ähm Zack So Boah 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 Okay, das ist nur ein Fleck im Teppich Ja dann So gut Ich Genau Ich Genau Das ist minus 17 Das ist minus 17 Also quasi hier so Ähm Ähm Amf bringt nur 4 Ja Ja Also der bringt gar nichts Spiribox bringt gar nichts Kerze Kerze Oh, er hat eine Kerze angemacht Amf Amf blinkt gerade aber ich weiß nicht ob der Amf Wir haben freezing temps Und habe Jetzt noch irgendwo dabei Ja Ja Entschuldigung Ähm So So Turns on of candles Ähm Moment Erstmal brauchen wir jetzt hier die wesentlichen Dinge Oh Er jegt schon Er jegt schon Er jegt schon Okay Ähm Das war jetzt aber fix Wir haben jetzt freezing temps Ja Und Nix Ja Ne Okay Ähm Ich muss jetzt das andere hinlegen und jetzt meint er schon jagen zu müssen Ja 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 Und du hattest aber irgendwas gesehen was er sonst da gemacht hat Ö Turn on candles oder was Ja Okay Dreckige Scheibe So Ja So haben wir ja nichts mehr Aua Pfff Okay wir haben ein Alarm Musikbox Nee nicht Alarm Ähm Und wir haben die Ramporch haben wir auch Handy Musikbox Pfff Pfff Äh Das Nichts mehr alt Äh Musikbox Import Nein Import Und Handy Alarm hast du? Handy 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 Okay Okay Hast du Radiation geguckt? Äh Ich habe auch nichts Okay Ich habe auch die Madroschka noch nicht gefunden By the way Ja gut Vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht Jetzt brüllt das die Schränke nicht auf? Hast du unten im Keller Licht angebracht? Äh Das ist ein Zeichen wie eine Tür knarrt? Ja Dann macht der Tür auf und zu Ja Ich habe aber nicht gesehen das an der Tür Ich habe nur einen Knarren gehört Oh 이거 Es ist ein Zeichen. Ja, aber dann würde ich sagen, er macht die Türen auf und so. Meinst du? Ich denke schon. Ich bin da halt nicht sicher. Egal, dann warte noch mal ab, damit wir was anderes machen. Ja, genau. Besser ist. Ja. So, wie geht es mir? 88. So, wie geht es mir? Ach, na. Oh, wir haben ja, glaube ich, einen im Garten. Ach, Tatsache. Dix Graves. Jurei. Also was? Wo ist denn das hier jetzt? Ghost Rigi. Ich finde das gerade nicht mehr. Boah, glaube ich, ziemlich weit oben. Sword und Doll. Ach, verdammte. Salz ist das Säckchen, oder was? Was war das? Ja, da steht Salz drauf. Ich sehe das gerade nicht. Ah ja, jetzt ist es okay. Jurei, das heißt genau, Salz und Puppe. Ja, habe ich beides. Das muss dann, in den K. Ja, dann. Oder dort, wo die. Wo die Dochen sind. Funktioniert. Dann Jesus, zwei Radios ausschalten und drei Kerzen anmachen. So, dann hole ich mir den Jesus und die Bibel. Hoffen wir mal, dass die Radios alle aus sind. Ja. Ich gehe nochmal rüber gucken. Ich mache schon mal Kerzen an. Kerzen drei und mehr, ne? Ja, ja, ja. Oh ja, die sind an. Ja, ja. Dann kann ich jetzt schon mit der Bibel kommen. Ja, komm, wir machen mit der Bibel. Dann schnall dich mal an. Wir werden mir was tun, wenn ich hier drin bleibe. Ja, wenn er jagt schon. Ja, jagt er denn noch, wenn er... Ja, wenn es schief gegangen ist schon. Ach so, ja, ich bin ja... Aber er ist aus. Ich gehe davon aus. Musikbox ist aus, das heißt, er ist wohl. Er ist weg. Juhu! Boah, das ist ja eine richtige Erfolgswelle hier. Da habe ich noch gesehen, da stecken noch Messer in der Wand oder was auch immer das ist. Ja, okay, ja. Ich kann das nicht definieren, was das sein soll. Aber das gibt es... Also Messer in der Wand gibt es auf jeden Fall als Dings, ne? Ja, aber das ist kein Messer. Was ist das? Das steckt sich schon mal da drin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, ja, das ist merkwürdig. Ich könnte es anfassen, aber es hilft mir nichts. Naja. Vielleicht soll das ein Messer sein, ist aber irgendwie schief... Was schief gegangen mit der Grafik oder so, keine Ahnung. Schön war's. Ja. Am Anfang so komplett... Ja, ich war... Wie kackt's jetzt geht's. Ja. Den Anfang lade ich auch nicht hoch. Äh... Äh... Nee, macht ja auch keinen Sinn. Also, das... Das war ja langweilig am Anfang. Also, da war ja nichts, was man irgendwie zeigen könnte. Ich sehe eh nur Nebel da. Die ganze Zeit. Ach Gott, wie süß. Aber der Katze steht Gary Gunn, but not forgotten. Oh. Gut, dann sind wir für heute hier raus. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht, mal wieder ein anderes Geisterjäger-Spiel zu spielen. Das wir vor langer, 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 langer Zeit schon mal gespielt haben. Und freuen uns da über eine entsprechend positive Bewertung. Und ich sage Ihnen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.